Ich bin das komplette Gegenteil von unschuldig. Und jetzt werde ich wieder in die gleiche Situation geworfen und muss es mir angucken. Jeder fürchtet sich irgendwie so ein bisschen vor seinem Ex und dass er was mit anderen hat. Und das Ding ist, ich bin mittendrin schon von der ersten Sekunde an. Aus sitzen. Was ich will? Ich glaube, die Selina ist schon sehr offen. Ich könnte mir vorstellen, mit Selina in den Chaka-Chaka-Room zu gehen. Natürlich gibt es auch in der Villa von Ex on the Beach in Mexiko Gelegenheit, es sich zu zweit gemütlich zu machen. Was? Willst du mich? Gute Nacht! Viel Spaß! Zuckerpüppchen! Verhütet bitte, danke! Wir verhüten, trust me. Ich finde einfach, die beiden sind billig und haben keine Ansprüche. Ich讓 mich ja selbst in die Stadt E routesen! центр." SchauAny